so weiter mit der leiter herzliche grüße wir sind hier und müssen nach dort hat der da unten eine schnittwunde nee das ist der schatten also kann man da reinfallen einzig weg wir waren dahinten in der hütte und müssen jetzt war die lampe einstecken kann mir was abgreifen da oben müssen wir durch jetzt warte da kommt kundschaft kontrollpunkt kann man dann nix abgreifen oder ständig einer anschleichen irgendwie ich will ja vielleicht da steht einer um bin ich da im gras geschützt aha du sollst deckung alter der schaut her oder der schaut her die muss ich umnieten aber sowas von so noch einer jetzt haben wir den ersten weg oder da sind wir hergekommen gibt es da noch was nie da da warte 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 was ist das flasche brauchen wir nicht mehr was passiert wenn ich den säuer werfe nix die muss ich ja brennen sonst gibt es ärger sonst kommt er wieder da hätten wir den vorher filzen können net oder und jetzt wo wei wo muss ich denn da da oben ist was da ist was was sagt die lösung holzkahn das ist wieder eine flasche die brauche nix oder das ist ich bin gerade beschäftigt nachladen muss ich wo muss ich jetzt warte da kann man rausgehen da oben hinten oben ist auch noch da sieht ich schätze da geht es weiter ich habe keine drecks karte oder habe ich keine drecks karte oder habe ich gedacht wir haben die karte gefunden gibt es wo ist denn da eine karte nirgends das ist waffenwahl alter und ich muss den noch ich könnte den doch umhauen da rennt noch einer rum was soll denn das darstellen da rennt noch einer rum was gibt es hier nichts alter alter da kann man aber ewig kommen ah muss ich jetzt da oder da ich habe keine karte da geht es aber auch ewig weiter aber was sagt denn der lösung jetzt hat mal das ist so eine lösung hier euer ziel ist ein großes tor mit mechanismus daneben großes tor mit mechanismus daneben ist da ein großes tor mit mechanismus daneben wo ist da eine bärenfalle da werde ich gleich reintopsen da da wie kann man da blumen sammeln ich höre doch einen da hinten rennt noch ein überhaupt nicht mehr da hinten rennt noch einer rum jetzt warte da rennt einer rum da vorne auch noch oder oh ne oh ne die flasche die ist nur zum ablenken oder dort oben waren wir schon drinnen oder ah sieht mich einer wo sieht mich da einer der da ah ah entschuldige huch hab ich ne Fackel jetzt oder wie alter haha ach so keine Fackel Fackel oder was mache ich mit der Fackel kann man die werfen ach den kann man hauen alter da ist die Falle drin da waren wir schon oder was war denn das was flasche ah ne war da nicht Munition lassen wir mal die Fackel oder da rennt einer rum oh bärenfalle alter oh rennt der jetzt in die bärenfalle rein ah sehr schlau ah da muss man vorher filzen wo wir vorher filzen na gut haben wir was gelernt und jetzt weiß keiner jetzt müssen wir mal in das Haus reinschauen oh da ist ne Falle ne Flasche da geh ich schon wieder ein du sollst es entschärfen du sollst es entschärfen das steigert meine Gesundheit oder wenn ich es nehme wo nehme ich denn das wo nehme ich denn das ne warte wie nehme ich denn ein Zaubermittel rechter Bumper ah da kann ich mich verstecken das wird ja immer besser alter wie nehme ich denn achso wurscht alter ist das spannend da waren wir schon oder was ist denn das Spritze oder wie ich will so ne Drecks Spritze nehmen wie kann ich denn so ne dämliche Spritze nehmen ach so hab ich geschossen Inventar wo hab ich denn mein Drecks Inventar oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne das Spiel war auch nicht fertig na gut also wurscht jetzt jetzt geh ich einfach weiter jetzt geh ich einfach weiter Spiegel ne da komm ich nicht rein da rennt einer rum Tor mit Mechanismus was war denn jetzt da war da hinten oben nicht noch was oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne was da oben denn noch was komm her da rennt einer rum da rennt einer rum dann gehen wir aber da mal hin holter vorher fülzen du sollst den fülzen und jetzt verbrennen und jetzt also für was hab ich denn da die Fackel was ist denn das Flasche was gibt es hier kann ich da eine Seite oh was gibt es denn hier oh da ist da röchelt noch einer kann ich die mit der Fackel umhauen da rennt noch einer rum oder alter Karte komm her du sollst eine Karte Karte nehmen ah komm wo gibt es denn die Dreckskarte Archiv ach so jetzt war Archiv ah jetzt warte rechter Pamper Notiz 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 Fragment 1 was kann man da machen da muss ich erst alle finden oder wie ach komm Schlüssel wir kriegen das wir kriegen das zämliche Karte wie kriegt man die Karte zusammen gar nicht oh mein ah ah da gibt es Material den müssen wir verbrennen kann man den vorher noch fülzen kann man den nachher fülzen kann man das Feuer anzünden ne alter der werkt hier rum das steht in der Lösung gar nicht drin apropos Lösung da ist so ein Bildschirmdunkel äh da war aber komm her du sollst es nehmen alter ähm da kann man sich verstecken da kann man nix machen da kann man nix machen eine volle da krieg ich ja auch Teile oder? oder? du sollst nachladen kann man das so jetzt haben wir aber die Ecke voll oder? oh da gibt es Zeug da kann man verstecken da gibt es ein Doku oder? du sollst das nehmen alter oh nee da ist versteckten da ist versteckten das brauchen wir nicht ah oh den müssen wir da kann man den vorher oh das ist ne Dame trotzdem ja tut mir leid müssen wir mal äh hier ist ja nur ein Spiel also es ist nicht wirklich hier ah da ist ach da ist der Fackel äh na gut dann haben wir die Ecke fertig würde ich jetzt mal das kann man nicht nehmen na gut dann gehen wir da das war verstecken gehen wir da wieder raus hoffen jetzt tappt es sich in die Falle rein dann haben wir die Ecke fertig oder? da gibt es nix mehr da vorne war auch nix mehr dann gehen wir jetzt gehen wir mal da vorne weiter oder? da haben wir nix mehr na gut dann gehen wir da in die andere Richtung da ist nix oh du sollst da rüber gehen so jetzt gehen wir mal in dies da wieder jetzt da waren wir schon na gut schauen wir mal ob wir da noch da waren wir drinnen da da waren wir drinnen da waren die Bärenfallen da drinnen hockt noch einer rum oder? oh da ist Doppelmechanismus da ist ne Falle äh da ist ne Falle drinnen da hockt noch einer drinnen den kann man hören oder? jetzt warte jetzt geh oh da ist noch ne Falle oh da guckt schon wieder einer wo guckt denn der? irgendwo guckt einer wo guckst du denn? da hinten ist nix mehr da guckt einer da röchelt einer wieso steht denn der immer wieder auf hier? der da quatsch ich spiele auch leicht du sollst da reingehen erst filzen geht nicht um der schaut aus was gibt's hier drinnen? cooles Gel alter Schwede da vorne war doch irgendwo noch ne Falle jetzt warte ich hab immer Angst dass ich da in das Säuer reinlatsch da sind wir hergekommen oder? da sind wir hergekommen da sind wir hergekommen ahhh da ist ne Bärenwolle krieg ich da was? dann krieg ich was was? waren wir da schon drin? da waren wir schon drin? da war der Kollege da war da ist noch ne noch nicht noch kann ich da durchlatschen? da ist ne Falle jetzt gehen wir jetzt gehen wir durch das Tor durch oder? jetzt müssen wir da jetzt haben wir die Ecke fertig oder? jetzt gehen wir noch durch das Tor durch weiter warte weiter noch irgendwas was sagt denn der Lösung? ähm Mechanismus ihr könnt nun links oder rechts nach danach oder wie? warte 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 äh großes Tor mit Mechanismus das machen wir jetzt auf oder? oh ne ah oh ne Toll Da hätte ich gleich K-k-k-k-k-k, jetzt bin ich schon wieder tot her du sollst das nehmen ja toll das hätte man sagen sollen dass man da die Feuer umhauen muss komm der hat noch der hat noch was wie nehm ich denn das? verdammte scheiße Entschuldige. Wie nehm ich denn den... Äh, den Dings da, Heilmittel? Ich mag nicht mehr. Wie nehm ich denn das Heilmittel? Oder heilt sich der von selber? Macht nicht mehr. Hm. Das hätt die Lösung aber mal erwähnen können, dass wenn man da an der Kurbel kürbelt, dass dann die Idioten kommen. Kommt jetzt nochmal. Ich muss schnell drücken, oder wie? Ach so. Äh, äh, äh. Na toll. Und jetzt, bleibt das jetzt offen oder geht das wieder zu? Speichert der jetzt? Wie nehm ich denn Heilmittel? Gar nicht. Das ist die Waffe. Und wo ist der Heilmittel? Also, jetzt gehen wir da noch durch. Ohne Kaffeepause. Archiv. Option, Optionen brauchen wir nicht. Hm. Serienmörder, das haben wir noch nicht angeschaut. Äh, Schlüssel. Und jetzt sind wir, was ist eben, äh, äh, Tormechanismus. Ihr könnt nun links oder rechts neben dem Haus weiter und vielleicht vorher noch drauf achten, äh, dass einem die dann da umhauen. Kann man nicht schreiben. Ist das Kontrollpunkt? Kontrollpunkt. Das heißt, ich kann jetzt auch, jetzt hören wir auf. Profil, was ist Profil? Äh, wo, wo ist Profil? Ich brauch einen Drecksspiegel. Gut, also ich, es war ja ein Kontrollpunkt. Jetzt gehen wir einfach mal. Ihr könnt nun links oder was? Ihr könnt nun links oder rechts neben dem Haus weiter. Neben welchem Haus, bitte? Da sind wir hier hergekommen. Wir können nun lieber da eine Falle links oder rechts neben dem Haus weiter neben welchem Haus, bitteschön. Alter! Ich brauch einen Drecksspiegel. Wie nehm ich denn so ein dämliches Mistgel? Wo ist denn mein dämliches Inventar? Archiv. Dokumente, Kartenteile, Zeitungen, Personen, Aufnahmen. Tutorial, Laden. Mehr Tasten hab ich nicht. Ja gut, jetzt schauen wir noch zwei Meter da hinten sind wir hergekommen, oder? Haus. Wo ist denn, wo ist denn das? Das hat eine Wusendamhaus. Oh mein Gott. Oh ne, ja ja. Lasst euch bloß nicht stören. Kann ich die anzünden? Wo geht's denn da links noch? Alter! Alter! Entschuldige, das will ich jetzt, ich will jetzt, äh, da ist auch ein Haus. Kann man da speichern? Spritze voll. Ich hau, ich bin... Was ist denn, Spritze? Oh, ich will speichern. Kartenteil, ich werd doch mal die verdammte... Ja, wir haben, wir müssen aber speichern, Freunde. Oh komm! Na gut, dann schau... Was ist denn da hinten? Dann schalte ich jetzt aus und wieder ein, dann machen wir Pause, oder? Was gibt's denn da hinten? Nichts mit Soße. Das will ich jetzt... Ich will... Da hinten waren wir drinnen. Da waren wir drinnen. Ich muss bei den Zombies vorbei. Wahrscheinlich... Ich muss wahrscheinlich bei den Zombies suchen. Alter! Wo sind wir denn jetzt? Da geht's nicht weiter. Ich muss da über die Brücke rüber. Pause... Okay, machen wir Pause und gehen nach Hause. Ich schalte jetzt aus und wieder ein, gell, Freunde? Okay, also tschüss, bis gleich, wenn ich den Schalter finde.